Wie unterscheiden sich Witz und Humor? Haben Sie Humor, wenn Sie allein sind? Kennen Sie Tiere mit Humor? Wenn Ihnen bewusst ist, dass Sie im Augenblick tatsächlich keinen Humor haben, erscheint Ihnen dann der Humor, den Sie zuweilen haben, als ein oberflächliches Verhalten? Können Sie sich eine Ehe ohne Humor vorstellen? Was versetzt Sie eher in Eifersucht? Dass die Person, die Sie lieben, eine andere Person küsst, umarmt und so weiter? Oder dass es dieser anderen Person gelingt, Humor zu befreien, den Sie an Ihrem Partner nicht kennen? Entsteht Humor aus Resignation? Was ertragen Sie nur mit Humor? Wie meinen Sie, im Humor zu sein? A. Versöhnlich B. Frei von Ehrgeiz C. Angstlos D. Unabhängig von Moral E. Sich selbst überlegen F. Kühner als sonst G. Frei von Selbstmitleid H. Aufrichtiger als sonst I. Lebensdankbar Gesetzt im Fall, Sie glauben an einen Gott Kennen Sie ein Anzeichen dafür, dass er Humor hat? K. Just hundred Oun 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 Untertitelung des ZDF, 2020